Christoph Diekmann ist ein von mir hochverehrter Journalist und Publizist, der ganz, ganz toll schreibt. Und der hat über Brigitte Reimann geschrieben, ich zitiere, eine tapfere, anarchische Frau, vier Ehen, viel Chaos, viel Trotz und bester Wille, mancher Kompromiss und die Todesangst der Kreatur. Christoph Diekmann über Brigitte Reimann, sehr berühmt geworden durch den Roman Franziska Linkehand und ob ihrer Tagebücher Post Mortem erschienen unter dem Titel Ich bedauere nichts und alles schmeckt nach Abschied. Brigitte Reimann, heute vor 50 Jahren, am 20. Februar 1973, viel zu jung verstorben in einer Berliner Klinik. Und so schön Christoph Diekmann schreibt, die beste Lebensbilanz, eine vorläufige und endgültige Lebensbilanz, hat Brigitte Reimann selbst verfasst. Wir hören das im Stichtag von Sven Hecker. Es war einmal eine höchst lebendige Frau, die zweimal ein Studium begann, zweimal den Hochschulen entlief, aus Rebellion gegen ihre Herren Lehrer provisorisch Lehrerin wurde, während sie ihr erstes Buch schrieb. Eine Menge Männergeschichten hatte, eine Menge Dummheiten beging, die sie bis heute nicht bereut, die viermal heiratete, kein Kind wollte, was sie heute ein bisschen bereut, weil sie Schreiben für wichtiger hielt. Eine Frau zieht Bilanz kurz vor ihrem Tod. Brigitte Reimann ist gerade mal 39, als sie diesen Brief an eine Schulfreundin schreibt. Wenige Monate später stirbt sie, der Krebs hat ihren gewaltigen Lebens- und Liebeshunger gefressen. Brigitte Reimann, geboren im düsteren deutschen Jahr 1933 in Burg bei Magdeburg. Mit 14 liegt sie wochenlang im Krankenhaus, Kinderlähmung. Sie beginnt zu schreiben, Leihenspiele, später Erzählungen, Hörspiele und Reportagen, die manchmal abgelehnt, manchmal ausgezeichnet werden. Es war einmal eine Schriftstellerin, die zu früh und zu viel Erfolg hatte, manchmal hungerte und manchmal wahnsinnig viel Geld verdiente, einen Haufen Orden bekam und so ziemlich alle Literaturpreise, die hierzulande verliehen werden, die an eine große Sache glaubte und an einer großen Sache zweifelte, sich nach fremden Ländern sehnte und nur die Nachbarschaft zu sehen bekam. Brigitte Reimann zweifelt früh am realen Sozialismus viel früher, als man lange dachte. Sie, die sich jugendlich arglos als sie M. von der Stasi anwerben lässt, die später auf dem von der Partei geforderten Bitterfelder Weg nach Hoyerswerda geht. Ankunft im Alltag heißt im Mauerbaujahr 1961 ihr viel diskutierter Kurzroman. Die Hoffnung, Sozialismus ist schwierig, aber machbar. Im Kombinat Schwarze Pumpe arbeitet Reimann selbst mit in einer Rohrlegerbrigade. Dazu leitet sie einen zirkelschreibender Arbeiter und trägt ein Romanprojekt mit sich herum. Und dann geht es mir in dem Buch um diese alte Geschichte von den großen Erwartungen, von dem Ehrgeiz der jungen Leute, von dem, was aus ihren Entwürfen wird, aus den großen Plänen ihrer Jugend. Reimann über ihren einzigen Roman, Franziska Linkerhand. Sie quält sich damit zehn Jahre lang, dabei zunehmend vom Krebs geschwächt. Sie verzweifelt fast an ihrem Anspruch an sich, wie ihre Heldin. Die Städteplanerin Linkerhand, aber auch die postum veröffentlichten Tagebücher Reimanns erzählen viel über die Autorin, über ihr Land. Heute erinnern sich noch ein paar Leser, dass es mal eine B.R. gegeben hat. Heute schreibe ich unter Qualen an meinem ersten guten Roman, der wahrscheinlich mein letzter sein wird. Brigitte Reimann stirbt im Februar 1973. Das gehasst geliebte Hoyerswerda hatte sie 1968 verlassen, Richtung Norden, Neubrandenburg. Franziska Linkerhand erscheint erst im Jahr nach ihrem Tod, unvollendet und zuvor von den Zensoren um allzu Tabuloses erleichtert. Das gehasst geliebte Hoyerswerda hatte sie 20 Jahre alt.